Ja, jetzt drehen wir die Schüsse um, du geiler Lutschi! Hat aber zwei kassiert, ey! Tegernschicht, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games. Das ist natürlich ganz geil. Gerade hat Peter aber noch mal hier ne Bomb droppen. Lass man mich hier entbomben. Ja, aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Watt, 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 watt? Werdet ihr nie erfahren. Weil es alt ist. Und bald ist 7 days so dann mit Peter los, ja? Nein! Oh mein Gott! Ich dachte, sowas vergisst du wenigstens. Und ja, also ich finde auch komisch, dass Peter den letzten Minecraft-Folgen nie widersprochen hat. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich habe jedes Mal widersprochen, aber du hast das am Ende mal rausgeschnitten. Also, jetzt gerade ist Peter auch nichts zu hören. Ich weiß nicht, warum der gerade nichts sagt. Wann geht das hier los? In 20 Sekunden. In 16 Sekunden. Pizza am Arsch! Das ist nicht in Ordnung. Lasst uns in Ruhe. 10 Sekunden. 9 Sekunden. 1, 2, 1, hopps! Und 3, 2, 1, hopps! Und was mache ich jetzt? Jetzt springe ich in den Loch und verstecke mich nach. Ich werde alles mitnehmen, alles mitnehmen, alles mitnehmen und abhäum! Ich werde schon... Ich bin tot. Alles klar. Alles klar, Christian hat einen entspannten. Sehr gut. Ist aber echt scheiße, wenn du jetzt schon tot bist. Alter, verpiss dich mal! Wann bist du denn schon gestorben? Ja, ich war an der Kiste. Der Typ, der mit mir an der Kiste war, hat leider das Eisenschwetter rausgenommen und hat mich dann wieder zurückgehauen. Wo sind denn Kisten? Och, Sepp! Vielleicht ist Sepp ja direkt weggerannt. Vielleicht hat er die gar nicht gesehen. Ja, natürlich bin ich direkt weggerannt. Er hat dich auf jeden Fall schon überlebt. Boah, ich finde aber auch gerade keine Kiste. Sind hier denn irgendwo anders noch Kisten? Ja, überall in der Welt sind welche. Ich habe leider keine mehr gefunden. Ich glaube, ich bin ganz dumm gelaufen. Oder auch nicht. Doch, doch, da sind überall welche, garantiert. Ja, ja. Unbedingt. Hadi ist wieder mega motiviert, ihr merkt es schon. Ja, ich muss erst mal eine Kiste finden, Junge. Ist die Welt großartig begrenzt? Ja, die ist begrenzt. Also weit oder geht so weit? Wie weit weiß ich nicht. Ja, wissen wir doch die Eier gehen. Ja, hallo, ich muss das wissen. Ich bin hier am Leben noch. Ja, ich will nicht sterben. Ich weiß auf jeden Fall, welchen Weg ich nicht mehr gehen werde. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich für nächstes Mal umbenennen werde. Ja, aber man kann sich ja nicht so einfach umbenennen. Ja, doch, auf dem selber geht das. Echt? Wenn du einen Youtube-Status hast, kannst du das machen. Ach so. Boah, wie es hier einfach mal keine Kisten gibt. Ich habe noch nicht eine einzige gefunden. Auch nicht. Weißt du, hier stehen überall Häuser rum, aber keine Kisten. Ja, Heidi, wenn ich dich sehe, dann musst du leider sterben, ne? Ja, passiert. Ich habe schon welche gefunden, aber wichtig ist auch etwas zu essen zu finden. Oh, ich habe einen Verzauberungstisch gefunden. Awesome. Ja, wenn du Level 1 hast, kannst du verzaubern. Das ist gar nicht so unwichtig. Der Typ hat mir gerade ein Holzschwert gegeben. Ja, klüppel den nieder. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Mach ich jetzt auch. Er hat gerade getötet. Nicht gut. Ich bin hier in der fucking Kiste. Wie schnell der ist. Verpiss dich. Ich bin tot. Krass, die Runde geht 30 Minuten. Ja, ne. Oder bis alle tot sind halt. Das war alleine ein Fehler, mir ein Schwert zu geben, mein Freund. Was hast du denn weggemacht? Alter! Hat dir gerade echt einer ein Schwert gegeben? Ja. Ich bin tot. Was ist hier fürs Fallen? Ist doch klar, dass Heidi wieder alles in der Arzt gesteckt kriegt, Mann. Das ist der Hammer. Ja, aber ich habe den Typen dafür auch angegriffen. Wir brauchen erstmal Bram zu gucken. Mann, wo ist denn hier eine Kiste? Peter, guck mal bitte, wo hier eine Kiste ist. Ne, ne. Guck Bram zu. Musstest du da auf die Schiller klicken oder den Kompass benutzen? Kompass. Ja, Kompass. Mann, wie komme ich denn durch so eine fucking Tür? Kann gar nicht sehen. Das ist eine Eisentür, Sepp. Die braucht einen Schalter. Bau doch einfach eine Kiste. So eine Endertruhe. Fuck ey, wie komme ich denn jetzt da rein? Kommst du drüber oder was? Hast du nichts zu essen oder was? Jawoll. Nein, ich habe gar nichts. Ich habe nicht mal eine Waffe. Ich habe nichts gefunden. Na cool, davon ist noch eine Truhe. In dem Haus bin ich getötet worden, links von dir gerade. Von mir? Ja, ja, von dir. Da drin waren Rüstungsgegenstände, wo du gerade reingeguckt hast. Aber die habe ich mitgenommen. Wo kann ich denn hier nicht durchlaufen? Genau von dem wurde ich getötet. Ist natürlich dumm, wenn man keine Waffe hat, wa? Kann sein, dass die Map hier begrenzt ist. Da hinten ist noch eine Kiste, Bram. Und ich kann nicht durchlaufen durch so eine Tür. Durch so ein... Ah, guck mal. Das ist aber echt seltsam. Weiß ich nicht, warum du da nicht durch kannst, aber... Wenn du da nicht durch kannst, würde ich lieber woanders hin. Das hat nicht diese... Ah, ich scoute mal ein bisschen. Ist das bescheuert. Alter, leck, leck, leck. Oh, guck mal, wie der wegrennt von dir, Bram. Ist schon wieder eine alte... Lol. Oh. Hat er mich hart genutzt? Er war richtig hart. Boah, war richtig hart. Leck mir die Eier. Oh, dir geht es nicht so gut. Oh, der ist direkt hinter dir. Der ist voll an deinem Puppelchen. Oh Gott. Hier ist noch ein bisschen TNT in dem Haus. Oh, ähm... Ja? Ne, der ist immer noch direkt hinter dir. Der ist irgendwie schneller als du. Oh Gott. Boah, ich hab noch ein halbes Herz. Fick mich hart in den Arsch. Ja, du rennst gut weg. Du hast ein bisschen Platz zwischen dir und dem mittlerweile, aber nicht viel. Oh Gott, jetzt ist er wieder näher gekommen. Ah, wobei, geht auch. Mann, hier waren schon überall welche. Regeneriert sich dein Leben wenigstens? Ja, sicher. Okay. So. Wir sind überall die Türen auf. Nice. Gibt's auch nicht. Oh. Jetzt hat er sich gedacht. Scheiße. Ja, jetzt drehen wir den Schüssel auf, du geiler Nutschi. Hahaha. Nein. Er hat aber uns zwei kassiert, ey. Was hab ich denn da mitgenommen? Sie hat überlebenswert. Ich hab dir nicht gedacht, ey. Scheiß die Wand an. Was gemacht hast du? Chain. Iron. Er hat echt noch einen gekillt gerade. Na gut. Ich brauch was zu helfen. So. Ja. Der Sepp in der Lok war glaub ich noch keiner, oder? Ja, vorhin lief da einer rum. Ich weiß es nicht. Ist da oben auf dem Berg irgendwas? Das sieht so aus, wenn da eine Hütte drauf wär. Oh, bei der Lok ist aber einer. Da ist der Good Guy Joe. Da eigentlich. Was ist eigentlich? Auf den Berg? Ach so, ich besteige hier nur gerade einen Berg. Während ihr da... Gibst du noch? Ach so. Nee, aber man kann hier scheinbar, um sich die, um sich die Zeit zu vertreiben, wohl so einen Berg besteigen. Was gar nicht so einfach ist. Ja? Ja? Ach so, mein Futter geht voll am Arsch. Aber hier oben ist irgendwas. Bitte lasst hier was sein. Ich hab 46 Mörn. Wurde noch Futter? Wurde noch Futter? Wurde noch Futter? Brauchst du mal ein Feuerzeug, Bram, dann könntest du dich mal richtig ein paar Laber machen. Kann ich Pilze fressen? Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Aber ich hab gerade keins. Pilze kann ich nicht fressen? Alter, du musst eine Suppe draus machen. Mit Holz. Hammer. Hier ist nix. Es ist noch Suppe da. Kann ich eigentlich die Sachen planten? Suppe da. Cool. Hier ist keine fucking Truhe. Kann ich die auch wieder anbauen und mitnehmen, weil das ist natürlich jetzt voll verschwindet. Jawohl. Toll. Jawohl, da hab ich ein String. Jetzt kann ich mir ein Schwinden, das umschmeichert mein Popöchen. Was ist ein String? Bringt die Form zur Geltung. Aber wo sind die restlichen Ficklutscher? Ich hab Pilze, Hammer. Oh, ich hab nen Ofen. Wenn ich Pilze im Ofen braten. Hier oben ist auch ne Truhe, ne? Hast du die gesehen, Sepp? Wo? Direkt neben dem Schornstein. Und? In dem Workbench. Nein, da oben, hier auf der Platte. Alter, du guckst sie noch genau an, willst mich verarschen. Hier, die? Ja. Die kann ich aber nicht öffnen. Echt nicht? Mit Rechtsklick? Nein, ich steh hier vor und mach's. Jetzt ging's. Warum ging's jetzt, ey? Du kannst natürlich mit ner Waffe. Du darfst keine Waffe in der Hand haben. What? Okay, das hört so gut aus. Um ne Truhe zu öffnen. Dann kriegst du links auch ne Fehlermeldung. Can't open chest. Yeah, ich kann mir ein Brot machen. Sehr gut. Ach, guck mal da. So läuft gerade bei mir, muss ich einfach mal sagen. Aber seit bei den Battles ist das ja auch mal meine Taktik. Einfach durch, durch Verwirrtheit überleben, weil die anderen gegenseitig bekriegen, weißt du. Sollen die sich alle mal kaputt haben. Bist du schon öfter Zweiter geworden? Ne. Einmal. Einmal Zweiter. Zweimal Zweiter. Zweimal Zweiter. Zweimal Zweiter. Oder Dritter? Keine Ahnung. Was ist das denn egal? Habt ihr jetzt schon gespielt hier? Nein, bei unseren Battles. Ich hab das schon mal gespielt. Das war hier dann doch ne Truhe. Wieso sagt mir denn keiner, dass ich nix in der Hand haben darf? Ohne Witz. Ich hab Rüstung gefunden. Ich find grad keinen. Hammerfett. Obwohl noch echt einige leben. Oder sieben. Sieben noch insgesamt, genau. Hammerfett, ey. Sechs noch. Ne, sieben noch. Was ist denn die Map? Oh, die ist echt ganz schön groß, Junge, Junge. Wobei, warum ist es jetzt am Ende angekommen? Drum gelaufen. Aber egal. Ich hab 46 Karotten. Voll Gas, Junge. Fuck ey, ich hab nichts zu essen. Und Zupfer hab ich und Hähnchen. Ne, schon gar Steak. Hähnchen. 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 Egal, ich snack mir jetzt irgendwo einen. Fuck! Goldblöcke kann ich nicht abbauen, ne? Äh, ne. Ich glaub, du kannst gar nix abbauen. Ne, ne, du kannst nix abbauen. Weil ich Pilze einsammeln könnte, meine. Wow! Ach, Pilze konntest du abbauen? Das ist ja interessant. Ja, ja, Pilze hab ich. Oh, ich hab nen Herz Schaden gekriegt. Oh, du ist schlecht. Ne, du regulierst... Achso, ne, Moment. Du hast kein Essen, das regulierst du dich nicht. Alter, was ist denn hier noch alles? Alter, Wüste und noch ne Stadt. Ist klar. Ich find der Terrain generell ziemlich geil. Das ist echt hübsch, ja. Aber, ähm, auf dem anderen Server war das ja so, dass... Da, ich seh einen. Selbstwahrscheinlich. Nee. Hattest du mal wusste, warum? Mr. Sona ist da. Oh! Bram hat den ersten Hit gesetzt, aber Mr. Sona ist besser in PvP grade, zumindest. Oh! Bram hat nen richtig Greit weit weggeschickt. Oh! Mr. Sona hat Schiss! Bram platt, Junge! Jetzt ist deine Chance! Da, 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 da... Oh, Kingleon ist auch grade gefallen, Crazy ist gefallen. Oh, jetzt sind viele gefallen, jetzt sind viele gefallen. Oh, dann ist... Was ist denn da los? Da ist die Truhe! Wieso sind denn da grade drei Leute kaputt gegangen? Oh, der ist leider... Oh, der hast du gesehen. Ja, der ist dahinten. Ich glaube, der hat keinen Bogen. 50 Sekunden noch, dann habt... Sepp, du brauchst gleich was zu kämpfen, ne? Der wartet hinter der Ecke. Das wär ich voll... voll mies zu helfen, aber... Das stimmt eigentlich, das sollte ich lassen. Ja, aber du müsstest den Namen doch eh sehen, oder? Wenn du da hingelaufen kommst. Ich glaube, der hat sich geduckt. Ich muss schon mal was reinpfeifen hier. In 30 Sekunden werdet ihr wahrscheinlich teleportiert, alle. Was sagst du, Seb? Die Namen siehst du, sei denn du duckst dich. Ja, ich weiß. Ich bin nicht im Deathmatch. Ja, muss er aber jetzt. Jetzt soll dir was zu kämpfen. Was willst du denn? Nichts, ich will nur ein bisschen antworten. Anfucken, Junge. Nein, hier ist alles leer. Hier waren sie schon alle. Kämpft bis zum Tode. Okay, weiter. Ding, 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 ding. Was ist das denn? Was ist das denn? Wo seid ihr denn? Da. Wo seid ihr, Lutscher? Da ist Bram. Ich habe gedacht, ihr seht euch jetzt wenigstens direkt am Anfang. Ja, die sind auch hier. Oh Gott, Seb kämpft schon. Oh, er hat ein Einen schwer. Nein. Oh, jetzt bleibt es nur noch in Warnung. Jetzt kann der Bram eigentlich nur noch gewinnen. Eigentlich schon. Oh, der Titel. Braucht der gar nicht probieren, der miese Ficker. Bei mir hängst du fest. Ich hänge unten fest. Ja. Gerade selbst in dein eigenes Spinnennetz gesetzt. Da sagt er nichts. Dankeschön. Ne, bin ich nicht. Jetzt kommt der Fight. Oder? Wird er noch weiter versuchen? Nein, und dann kommt der Fight. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, jetzt muss man schütteln. Jetzt rammt der Bram wieder Ficker. Ich muss kurz Sly fracken. Lauf, James. Lauf, James, Rye. Komm schon. Scheiße. Oh, wie ärgerlich. Der Randy Jason hat gewonnen. Oh, er ist zweiter geworden. Immerhin. Was, der ist behaart und männlich? Ja, genau, das ist er. Behaart und männlich. War interessant. Ich habe wenigstens lang durchgehalten. War nicht so scheiße wie Hardy. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ab morgen, ne? Bis zum nächsten Mal. Haut rein.